Bereits seit 1997 verfügt Ensinger über ein zertifiziertes Umwelt- und Qualitätsmanagement. Der Schutz der Umwelt ist fester Bestandteil der Firmenphilosophie. Dabei werden auch zahlreiche externe Umweltprojekte von Ensinger gefördert. Ensinger Mineralwasser ist untrennbar mit dem Breiten- und Leistungssport verbunden. Beim Joggen, Inline-Skaten oder beim Radfahren kann das wertvolle Mineralwasser seine positiven gesundheitlichen Wirkungen voll entfalten. Dabei erfrischt es auf natürliche Weise und ganz ohne Kalorien. Auf sportlichen Großveranstaltungen findet man Ensinger ebenso wie bei exklusiven Events, wie zum Beispiel beim Base-Jump vom Stuttgarter Fernsehturm. Fallschirmsprung-Weltmeister Klaus Renz und andere Spitzensportler sind begeistert von Qualität und Geschmack der Ensinger Produkte. Ensinger nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst. Zahlreiche Sportveranstaltungen und viele Vereine werden insbesondere in der Jugendarbeit unterstützt. Der hohe Calcium-Gehalt ist für Kinder und Jugendliche im Wachstum besonders wichtig. Natürlich steht auch der Spaß im Mittelpunkt. Bei Spielen des Ensinger Power-Teams sind Jung und Alt gleichermaßen begeistert. Wie wichtig eine gesunde Ernährung bereits in jungen Jahren ist, demonstrieren die Ensinger All-Stars eindrucksvoll. Klar, dass nach anstrengender sportlicher Betätigung die Wasser- und Mineralstoffspeicher des Körpers wieder aufgefüllt werden müssen. Sport begeistert. Ob auf dem Rasen, auf den Rängen oder im Business-Bereich des VfB Stuttgart, Ensinger ist seit einem halben Jahrhundert Partner des VfB und immer mit dabei, wenn Fans und Profisportler zur Flasche greifen. Insbesondere Sportler haben einen erhöhten Magnesiumbedarf, der mit Ensinger auf natürliche Weise gedeckt wird. Die Spieler des VfB und Fußballstars wie Kevin Korani schwören auf den frischen Geschmack und die gesunde Wirkung des Ensinger Mineralwassers. Im Ensinger Fußballcamp können Jugendliche ihre Idole hautnah erleben und Begeisterung und Motivation mit nach Hause nehmen. Wer hat die Meisterle geschossen? Ensinger schmeckt, ist gesund und macht jede Menge Spaß.